im moment sieht es gut aus matthias hundhammer jetzt wieder hier am start in ballenstedt zu den weltrekordversuchen ist ein tiefdecker und er startet das modell überkopf das einfach besser anzufassen weil tiefdecker also mal ein bisschen kritisch anzufassen guck mal er hält den flieger jetzt über kopf der pilot treten dann bloß um im flug so die wolken man sieht gar nichts so weit weg jetzt jetzt kommt er sauber gerade übergeflogen 3 41 3,76 3,24 Schwindigkeit rausnehmen Schwindigkeit rausnehmen Bananenflug Wo ist der denn hin? Bisschen schnell Sollte aber passen Oder doch nicht? Ne passt nicht Nochmal So, aber jetzt Funktioniert doch